Einen schönen guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler, vor allen Dingen der gymnasialen Oberstufe und Berufskolleg. Heute soll es nochmal um einen Pädagogen gehen, der auch in der Oberstufe behandelt wird und hin und wieder Abiturthema ist und der zu der sogenannten Reformpädagogik gehört. Da müsst ihr selber nochmal nachschauen, was das genau bedeutet. Nur so viel zu den Reformpädagogen werden auch oft Montessori und auch die Regio-Pädagogik zählt. Korczak fällt meiner Ansicht nach hier etwas aus der Reihe. Warum? Also meine Hypothese ist, Korczak war, ich sag mal, ein menschlicher Pädagoge oder ein pädagogischer Mensch oder ein Mensch, der für den Mitmenschen, ja im wahrsten Sinne des Wortes, lebte und letztendlich auch für diese starb. Da komme ich gleich nochmal zu. Wenn man ihn überhaupt einer Pädagogik zuordnen möchte, dann wohl einer humanistischen Pädagogik der Begegnung. Eine ausgearbeitete Erziehungstheorie liegt von ihm nicht vor, aber er ist erstmal der Reihe nach. Geboren wurde er wahrscheinlich am 22.07.1878 oder 1879. Er selber sagt von sich, dass er nie genau wusste, wie alt er eigentlich sei. Eigentlich hieß er von Hause aus Henrik Goldsmith. Wie es zu der Namensänderung kam, ist auch ein bisschen kompliziert und eine Anekdote wert, aber da würde ich euch bitten, auch selber nochmal nachzuschauen. Wichtig ist noch, während seines Studiums der Medizin, dann auch später wurde er Kinderarzt, schrieb er schon immer für Zeitungen, Zeitschriften und veröffentlichte auch schon Bücher. Das heißt, das Schreiben war für ihn immer auch ein ganz wesentlicher Teil seines Lebens. Und ab 1911 übernahm er dann die Leitung eines neu gegründeten Waisenhauses. Ja, was sind nun die wichtigsten Aspekte, die zu Kortschak zusammenzutragen sind? Ich wähle folgende Reihenfolge. Also erstmal würde ich ganz gerne was über die Kinderrechte sagen, anschließend über die sogenannte Erziehung der Liebe, dann über die Ziehung als Dialog und zum Schluss auch nochmal einen Verweis auf die Gegenwart. Was hat uns Kortschak noch zu sagen? Gibt es Elemente seiner Pädagogik, die wir sogar auf die heutige Zeit übertragen können oder als ein kritisches Korrektiv ansehen können? Also Kortschak und die Kinderrechte, da gibt es dann drei Kinderrechte, die er formuliert hat und die zu seiner Zeit sicherlich sehr provokativ waren. Man darf nicht vergessen, um 1900, sage ich jetzt mal ganz grob, 1910, 1920, war ja noch weit verbreitet, dass Kinder einer schwarzen Pädagogik zu unterziehen sind. Das heißt, es war ein sehr starkes Reglement, es gab natürlich auch Schläge, Verweisungen, es war ein sehr starkes Machtverhältnis, dass der Erzieher, der Erwachsene, trotz auch schon anderer Pädagogen in früheren Zeiten, also Rousseau, Fröbel, Pestalozzi, die auch schon eine andere Sichtweise auf das Kind hatten, doch um 1900 da noch eine ziemlich harte Pädagogik herrschte. Ja, dann hat Kortschak eben auch durch Erfahrungen, die er sammelte, er kam auch aus einer doch ganz gut situierten Schicht, aber durch verschiedenste biografische Ereignisse hat er dann durchaus eben auch die Armut kennengelernt und dann auch dort viele Erfahrungen als Kinderarzt später gesammelt, hat er drei Rechte formuliert. Man könnte als Überschrift eigentlich sagen, das Recht des Kindes auf prinzipielle und grundsätzliche Achtung. Das ist für uns heute selbstverständlich, aber zu der Zeit sicherlich nicht. Das heißt, für ihn war die Achtung also kein einseitiger Vorgang, ich achte dich, sondern es war ein wechselseitiger Vorgang. Also die Respektierung des Kindes durch den Erwachsenen, klar, lehrt aber das Kind letztendlich auch, andere Menschen zu achten. Man hat hier natürlich erstmal eine Vorbildfunktion, aber es geht im Grunde genommen wirklich tiefer. Es geht um eine wirkliche menschliche Begegnung, die dem Kind vermitteln soll, dass diese elementare menschliche Begegnung ein Fundamentum ist, ein fundamentales humanistisches Kernelement der menschlichen Begegnung. Und das wollte Kortschak tatsächlich vermitteln. Also hier sind wir wirklich bei einer tieferen existenziellen Dimension. Und ein Recht des Kindes heißt das Recht des Kindes auf den Tod, auf seinen eigenen Tod. Da könnte man sagen, ja, der ist aber doch ein bisschen sehr risikofreudig, ja. Also jedes Kind sollte doch erstmal beschützt werden. Von uns Erwachsenen, was soll denn das bedeuten? Ein Zitat von ihm ist, also Zitat, aus Furcht, der Tod könnte uns das Kind entreißen, entziehen wir es dem Leben. Um seinen Tod zu verhindern, lassen wir es nicht richtig leben. So wird es schon ein bisschen deutlicher. Also weil wir Menschen oder wir Erwachsene eine große Angst haben, vielleicht auch zum Teil berechtigte Angst, dass uns das Kind früher stirbt als wir, was ja immer die große Angst von Eltern ist, dass die Kinder früher sterben, behüten wir es. Wir schränken es ein. Wir geben den Kindern keinen Spielraum für wirklich eigene, vielleicht auch mal gefährlichere Erfahrungen. Ja, so ein aufgeschlagenes Knie ist auch kein Weltuntergang. Ein Armbruch ist auch reparierbar. Das heißt, diese eigenen Erfahrungen, die das Kind zu machen hat, um sich selbst auch als leibliches Wesen zu erleben, seinen Willen auszuprobieren, seine Möglichkeiten, am eigenen Leibe im wahrsten Sinne des Wortes Erfahrung zu machen, werden dadurch verhindert, dass unsere Angst zu groß ist. Wir sollten natürlich vorsichtig sein, aber diese große Angst hat er jetzt einfach in so einem sehr provokativen Titel nochmal formuliert, das Recht des Kindes auf seinen eigenen Tod. Das zweite Recht des Kindes auf den heutigen Tag. Zitat, Wir sollten auch die gegenwärtige Stunde achten, den heutigen Tag. Wie soll es morgen leben können, wenn wir es heute nicht bewusst verantwortungsvoll leben lassen? Ja, was heißt das? Das heißt, als dass wir Kinder nicht schon im Hier und Jetzt wieder für die Zukunft erziehen sollen. Ich komme gleich nochmal Punkt 4 genauer darauf, wenn ich es auf das gegenwärtige Bildungssystem übertrage. Aber so weit. Es gibt eine eigene Dignität, nennt man das, einen eigenen Wert für diese Kindheit. Und diese Kindheit soll nicht ein bloßes Übergangsstadium sein hin zur Erwachsenenwelt. Ja, ja, das ist ja noch ein Kind und der weiß das noch nicht. Und komm mal her, das musst du mal ein bisschen schneller lernen. Wir beschleunigen mal ein bisschen die Kindheit. Am besten lernst du schon mal vier Sprachen, damit du besser auf dem gesellschaftlichen Arbeitsmarkt zu vermitteln bist. Ja, es gibt tatsächlich dann auch Bedürfnisse, kindliche Bedürfnisse im Hier und Jetzt. Und wenn das Kind eben während des Einkaufens, die Eltern haben es eilig, die Pfütze untersucht und sich in irgendeiner Weise mit der Wasserqualität beschäftigt, dann ist das im Augenblick das primäre Interesse des Kindes. Das bedeutet nichts anderes als eben, dass es altersadäquate Interessen gibt. Und diese gilt es einfach zu berücksichtigen und vielleicht auch ein anderes Verständnis von Zeit und auch von Eile und von Zukunftsperspektive als Erwachsener zu erleben. Wenn wir die Kinder beobachten, werden wir auch ein Stück weit, man könnte auch sagen, entschleunigt und lassen uns noch mal auf die kindliche Perspektive ein. Hier könnte man tatsächlich auch einiges von den Kindern lernen. Das wäre das Recht des Kindes auf den heutigen Tag. Und als drittes Recht, formulierte Kortschak, das Recht des Kindes, das zu sein, was es ist. Das ist sicherlich ähnlich wie gerade das vorherige Recht. Hier geht es noch mal darum, Zitat, Kinder werden nicht erst zu Menschen, sie sind es ja schon. Ja, sie sind Menschen, keine Puppen. Man kann ihren Verstand ansprechen. Sie antworten uns. Sprechen wir zu ihren Herzen. Fühlen sie uns. Hier geht es noch mal explizit darum, dass wir die Individualität, Identität, das Selbst des Kindes unterstützen, fördern und anerkennen. Wir müssen nicht das Kind oder jedes Kind als hochbegabt und übersensibel und was es da eben auch heute für Kategorien gibt ansehen, sondern das Kind ist erst mal ein Kind. Hat es besondere Fähigkeiten, ist es gut. Hat es keine besonderen Fähigkeiten, ist es auch gut. Das Kind hat ein Recht auf Mittelmäßigkeit. Wir müssen auch berücksichtigen, woher kommt das Kind. Welche Einflüsse hat es bisher erlebt? Und trotzdem ihm freie Entfaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen, ermöglichen, unterstützen, genau beobachten, schauen, was es für eigene Ziele hat. Und wenn es Ziele formuliert, die mit denen der Erwachsene nicht übereinstimmen, ist das auch völlig in Ordnung. Hier gilt es eben auch, nichts dem Kind überzustülpen, sondern ruhig zu schauen, was das Kind tatsächlich an eigenen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Fertigkeiten und Wünschen an den Tag legt. Wenn man diese Grundrechte achtet, das sind ja keine Rechte, die im leeren Raum stehen, sondern er hat die ja durchaus eben auch in einem gesellschaftlichen Kontext gesehen. Also Kinder sollen nicht deswegen nach diesen Grundrechten erzogen werden, weil er das vielleicht besonders wichtig fand, sondern er fand es deswegen wichtig, weil es von gesellschaftlicher Relevanz ist. Letztendlich sollen da gewissermaßen Menschen rauskommen, die auch demokratische, mitfühlende, empathische Menschen sind, die sich auch für die Gemeinschaft einsetzen, weil sie sehen, dass ein gemeinschaftliches Leben jeden Einzelnen tatsächlich auch in diesen Grundrechten unterstützen kann. Weil er das als wichtig empfand, hat er als Pädagoge sich natürlich auch über mögliche Methoden, er hat das nicht so ausformuliert, aber natürlich über Methoden auch nachgedacht und hat in seinem Waisenhaus auch einige umgesetzt. Die würde ich jetzt auch ungern ganz breit ausführen. Da würde ich aber noch ein bisschen nachzuschauen, aber es gibt so etwas wie das Kameradschaftsgericht, wo Kinder selbst entscheiden können, auch wenn Korczak mal hier und da eingreifen musste. Es gibt Zeitungen, es gibt ein Briefwesen und so weiter. Also er hat da wirklich viele Dinge versucht umzusetzen, wo Kinder selbstbestimmt gemäß ihrer eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten sich entfalten können und das Gefühl haben, ich werde so angenommen, wie ich bin und ich kann hier meinen Beitrag zu dem Gemeinwesen leisten. Das war tatsächlich gelebte Partizipation, weil das auch wirklich Konsequenzen hatte. Es war nicht so eine, ich sage mal etwas übertrieben, aufgesetzte Partizipation, die wir heute in Kindergärten erleben, willst du das oder das essen? Das ist dann eher so eine Scheinpartizipation. Dort war es wirklich echte Partizipation am Gemeinwesen mit Konsequenzen für das Gemeinwesen selbst. Stichwort das Kameradschaftsgericht. Ja, Korczaks Pädagogik der Liebe. Da gibt es einige Punkte, die ich so ganz kurz mal anschneiden möchte. Der Punkt, die sehende Liebe, ist sicherlich da noch mal ganz interessant, denn seine Liebe zu den Kindern, die war jetzt nicht sehr sentimental oder besitzergreifend. Er wurde letztendlich nicht blind für ihre Klagen, Bitten und Vergehen. Seine Liebe zu den Kindern war eher ein sehr anstrengendes und mühevolles Hinsehen, genau hingucken auf die individuellen Bedürfnisse. Es drängte ihn geradezu, für deren Befriedigung zu kämpfen. Korczak warnte aber auch junge Erzieher, sich zu sehr den Gefühlen hinzugeben, also dass man tatsächlich auch vor lauter Liebe und Zuneigung den Blick auf die Realität nicht mehr sieht. Die sehende Liebe hat hier durchaus auch was zu tun mit Nähe, aber letztendlich immer auch in sich eine professionelle Distanz, um auch den Blick auf die Individualität und die Realität nicht zu vergessen. Auch ein moderner Gesichtspunkt, den professionelle Pädagogik tatsächlich heute ausmacht. Es ist dann zweitens eine Liebe ohne Erwartung von Gegenliebe. Er liebt also wirklich vorbehaltlos und erwartet da nicht irgendwie eine Gegenleistung. Also selbst die Unbequemsten, die frecheren, die schwierigeren Kinder, die sonst wenig Liebe bekommen, denen hat er sich besonders gewidmet. Er sagte einmal, Zitat, es muss so sein, dass jene Kinder dich am meisten in Anspruch nehmen und deine Nähe suchen, die nicht die hochwertigsten sind. Über den Begriff Hochwertigkeit könnte man das auch lange reden. Ist sicherlich nicht politisch korrekt, aber es war ein Zitat aus der Zeit. Ich bitte hier immer, die historischen Kontexte zu beachten, wenn solche Begrifflichkeiten fallen. Dann gibt es drittens die Hoffende Liebe. Korczak war ja als Arzt gewöhnt, grundsätzlich natürlich an die Gesundung seiner Patienten zu glauben. Er war von Grund auf ein unerschütterlicher Optimist, wirklich auch bis zum Schluss. Wir erinnern uns daran, dass er, wenn ich mich recht erinnere, 1942, als das Waisenhaus aufgelöst und alle Kinder abtransportiert wurden, zum Bahnhof, in den Zug und dann ins KZ, dass Korczak, obwohl ihm angeboten wurde, weil er Arzt ist und dann kurz bevor der Zug losgefahren ist, ein Soldat zu ihm kam und sagte, Herr Dr. Korczak, Sie können hierbleiben. Und Korczak sagte, vermutlich, es ist nicht belegt, nicht jeder ist ein Schuft und stieg in den Zug ein und ist mit seinen Kindern dann ins KZ gefahren. Es war letztendlich aber auch eine illusionslose Liebe. Die zeigte sich auch darin, dass sie die im Kind liegenden Grenzen und auch die Grenzen der pädagogischen Einflussnahme nicht aus den Augen verlor. Er war grundsätzlich ein pädagogischer Optimist, aber kein grenzenloser pädagogischer Optimist. Und das schützte ihn letztendlich auch vor einer Anmaßung, einer Selbstüberschätzung. Ich kann alles leisten. Wir kennen den pädagogischen Optimismus auch, der Erzieher als Architekt, der das Kind vor sich hat und eben nach seinem Willen formt. Es gibt dann auch noch die Liebe für ihn, die bedeutet, eine große Nähe zum Kind aufzunehmen. Die Nähe zum Kind zeigte sich dadurch, dass er auch den direkten körperlichen Kontakt selbstverständlich zuließ. Also wenn Kinder da wirklich die Nähe suchten, dann hat er das auch zugelassen. Außerdem war er auch nah bei ihm. Er schnitt ihnen auch die Nägel. Die ganze körperliche Hygiene hat er eben auch durchaus gemacht. Und er hat sich auch schon mal mit ins Bett gelegt und tröstete das Kind so lange, bis es eben auch einschlief, wenn es krank war, Heimweh hatte oder Kummer. Also da scheute er sich auf keinen Fall. Dann gibt es noch die Liebe als Verstehen und Verzeihen. Die schwere Aufgabe des Erziehers ist ja in der Tatsache, dass sich das Kind vom Erwachsenen unterscheidet. Das Kind lebt ja nicht nur in der Welt der Erwachsenen, aber auch in seiner eigenen Welt. Was die Gefühle angeht, Triebe, Wünsche, Hoffnungen, das ganze Erleben ist natürlich anders. Der Erzieher muss also in der Lage sein, das auch zu beobachten, teilzunehmen, das auch zu verstehen und auch wirklich die halbbewussten Motive der Kinder auch irgendwie zu entdecken und zu einzuordnen, zu verstehen. Letztendlich auch zu verzeihen, wenn das Kind tatsächlich mal über die eigenen Grenzen hinaus geschossen ist und Dinge gemacht hat, die für den Erwachsenen hochproblematisch sind oder vielleicht gefährlich für andere. Hier gilt es eben auch wirklich zu verzeihen und dann auch anschließend wieder in dem Sinne von vorne anzufangen und das Kind wieder in seiner ganzen Persönlichkeit wahrzunehmen. Liebe heißt aber auch Konsequenzen zeigen. Hier sind wir auch sicherlich bei einer modernen Pädagogik. Kortschak sah es dann auf jeden Fall auch als wichtig an, nicht nur den Kindern volle Freiheit zuzubilligen, sondern zu zeigen, da war er sicherlich von Rousseau beeinflusst, dass er auf jeden Fall ein Gegner der körperlichen Strafen war. Er hat Tadelermahnungen formuliert, aber auch gutes Zureden. Nur eben die Konsequenzen in Form von Schlagen war für ihn absolut ausgeschlossen. Das war für ihn ein, wie er selber sagt, Narkotikum, aber niemals ein Erziehungsmittel, weil dann natürlich der Machtaspekt nochmal wieder neu ins Spiel kommt. Natürlich ist da immer eine Machtdifferenz, ein Machtverhältnis. Das war ihm auch völlig klar. Aber das kann man ja so weit wie möglich versuchen zu reduzieren, indem man sich eine brichwörtliche Augenhöhe und auf ein wirkliches Verständnis der kindlichen Welt einlässt. Ein dritter Punkt ist die Erziehung als Dialog. Das ist sicherlich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil das auch tiefer gehende existenzielle und elementare Bezüge angeht zwischen Menschen überhaupt. Der Dialog ist schon seit der Antike immer dann wichtig und richtig, wenn es um unterschiedliche Werte geht, um Wertorientierung, Handlungsnormen. Wenn hier etwas nicht übereinstimmt, wenn es hier knirscht, könnte man sagen, muss man in einen Dialog treten, um argumentativ und auch gemeinsam wieder allgemeine Regeln, vernünftige Regeln für das Leben, für die Lebenspraxis zu finden. Wenn wir hier auf die sokratischen Frühdialoge Platons zurückgehen, dann waren diese Dialoge immer in einer Tradition der Wahrheit, der Wahrheitssuche, der Wahrheitsfrage. Was ist die Wahrheit? Also das Streben nach dieser Wahrheit war allen gemeinsam. Es ging nicht darum, Recht zu behalten, meine Meinung einfach nur zu äußern, sondern sich gemeinsam auf den Weg wirklich zu machen mit dem Anderen als einen eigenständigen Menschen, ein eigenständiges Gegenüber, die Wahrheit zu suchen. In dem Falle neue Maximen für das Leben, für die Lebensführung in der Gemeinschaft zu finden. Und das im Dialog, nicht im Streit und nicht im Ich weiß es besser, weil ich erwachsen. Das ist wichtig. Hier kann man auf Martin Buber verweisen. Viele Theoretiker machen das auch, dass sie sagen, hier hat Korczak auf jeden Fall eine große Nähe zu der Philosophie von Martin Buber. Da geht es darum, dass die Ich-Du-Beziehung die Elementare ist und nicht einfach der Selbstbezug. Ich komme zuerst und dann kommt irgendwann der andere dazu, sondern dass der Mensch immer schon ganz existenziell im Dialog gestellt ist, denn er wächst ja auch schon in einer Duade auf. Ganz am Anfang ist er ja nicht alleine, sondern wächst auf im Mutterleib und ist eigentlich immer schon in einem Dialog gewissermaßen gestellt. Später dann eben auch in den Logos, in die Vernunft, in die Sprache. Das heißt, hier geht es wirklich um eine ganz elementare Wechselseitigkeit zweier selbstständiger Menschen im Bemühen, den anderen zu verstehen und sich auf den Weg der Wahrheit zu begeben. Das wäre so in Kurzform erstmal Erziehung als Dialog, um deutlich zu machen, dass dahinter schon nochmal ein sehr anspruchsvolles, man könnte auch sagen, anthropologisches Konzept steht. Ja, was machen wir jetzt zum Schluss Punkt 4 mit diesen Erkenntnissen? Gerade heute in Zeiten einer zunehmenden Technisierung, Digitalisierung und stellenweise auch schon Verengung kindlicher Spiel- und Erfahrungsräume halte ich ihn für hochaktuell. Denn die Begegnung, wie ich ja gerade sagte, auch das Verstehen und auch die Tiefe von ganz elementaren Beziehungen war ja der Kern seiner Pädagogik. Menschenliebe in einer ganz leibhaftigen und aufrichtigen Begegnung. Schwenken wir mal zum heutigen Bildungssystem über. So erleben wir einen ja gewaltigen Druck, einen Transformationsdruck auf nahezu alle Bildungsinstitutionen vom Kindergarten bis zur Hochschule. Nochmal ordentlich beschleunigt durch die ganzen Corona-Maßnahmen und die gegenwärtige Krise. Die ersten Erfahrungen hier mit dem Homeschooling sind ambivalent. Bei einigen funktioniert es sehr gut und ja, besser als gar nichts. Aber beim Homeschooling findet halt auch keine wirkliche Begegnung statt oder eine Resonanz auf die Reaktion des Anderen. Die Kamera ist übrigens auch nicht immer an. Zudem gibt es dann einige technische Verzögerungen und die Trennung durch das Medium lässt auch den Aufbau einer wirklichen lebendigen Atmosphäre überhaupt nicht zu. Es ist etwas ganz anderes, ein Gesicht mit einem veränderten Hintergrund zu sehen, technisch beeinflusste Stimme und den Rest dieses Menschen, der einfach nicht sichtbar ist. Oder wenn man im Klassenraum steht, den ganzen Menschen erlebt, mit seiner Haltung, Mimik, auch mit seinen Nebenbeschäftigungen. Ich sehe einen Teil des Menschen über dem Bildschirm und im Klassenraum erlebe und erfahre ich ja den ganzen Anderen komplett, kann die räumliche Distanz verändern, kann zu ihm hingehen. Genau dies würde wohl auch Korczak sehen. Der würde sich sicherlich der Technik auch bedienen, wenn nötig, mit Sachverstand. Aber er würde es niemals als Surrogat für das eigene Erleben einsetzen, geschweige denn Apparate zwischen sich, den Pädagogen und auch den anderen, den Lernenden setzen, wie es heute schon vielfach geschieht und weiter auch gefordert wird. Es gibt Software, die im Grunde genommen den ganzen Lehrer ersetzen kann, indem die Schüler, Handlungen, Leistungen, Reaktionsmuster gespeichert werden, anschließend wieder zurückgespielt in das System und individuelle Arbeitsaufträge erledigt werden. Da ist dann kein Lehrer mehr von Nöten. Ja, das Recht des Kindes auf den heutigen Tag und auch das zu sein, was es ist, mutet in heutigen Zeiten dann eher antiquiert an, nämlich die Schüler und auch die Studenten, teilweise schon im Kindergartenalter, werden auf eine Zukunft in der Gesellschaft vorbereitet, mit möglichst vielen Kompetenzen ausgestattet und bewaffnet, sollen sie dann in den Alltag, in den Alltagskampf ziehen und auch in beruflichen Kontexten überleben. Die Möglichkeiten der Selbstentdeckung und auch der Weltentdeckung, die Korczak immer als Elementar für seine Vorstellung der Menschenbildung ansah, ist im Kompetenzkatalog der neueren Richtlinien eher nicht vorgesehen, geschweige denn die Ausbildung einer Urteilskraft oder einer kritischen Distanznahme gegenüber den Versuchen einer gesellschaftlichen Vereinnahmung aus den Medien, der Politik, der ganzen Unterhaltungsindustrie. Das wären so einige kritische Aspekte, die man mit Korczak sicherlich auch hier in der Gegenwart nochmal ansetzen könnte und zu denen Korczak auch sicherlich einiges zu sagen gehabt hätte. Also wie gesagt, seine Gedanken sind meiner Ansicht nach immer noch aktuell, gerade in diesen Zeiten, in denen wir heute leben und deren Problemfelder ich jetzt hier kurz angesprochen habe. Wer sich weiter für Korczak interessiert, der findet unten einige Links und auch Literaturtipps. Auch bei YouTube finden sich zahlreiche gute Filme zu Korczak und ich hoffe, das war jetzt ein einigermaßen verständlicher Einstieg in die Korczak-Beschäftigung Soweit erstmal. Bis bald und seid nett zu den anderen.